Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich Ihnen den Aufbau und die Funktion dieses Magnetmotors. Dieser Magnetmotor kennen Sie vielleicht schon bereits durch unser anderes YouTube Video, was Sie vielleicht schon gesehen haben. Denn es handelt sich um folgendes Modell. Dieses Modell in diesem Video haben wir als erste Version ohne jegliche Batterie gebaut. Und ich zeige Ihnen gerne in diesem Video, wie das ohne Batterie funktioniert. Weil viele denken, wir hätten in der Trommel, im Generator oder sonst wo eine Batterie versteckt. Aber das stimmt nicht. Die Wahrheit und das Geheimnis, warum dieser Magnetmotor ohne Batterie funktioniert. Und was diese Bauteile mit der Funktion des Magnetmotors zu tun haben, erfahrt ihr hier in diesem Video. Das originale Video zu diesem Modell findet ihr auch auf unserem YouTube Kanal. Los geht's. Ich zeige und erkläre Ihnen nun gerne den Aufbau und die Funktion dieses Modells genauer. Hierzu habe ich Ihnen diese folgende Präsentation vorbereitet. Hier können Sie auch einmal das Modell in der anderen Version sehen, in der neueren Version. Wobei in diesem Fall anstatt ein Smartphone eine Lampe angeschlossen ist. Die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung zu diesem neueren Modell findet ihr auch, wenn ihr einfach auf den Link hier unter dem Video in der Videobeschreibung klickt. Dieses Modell wurde ja zuerst im Oktober 2019 als Prototyp fertiggestellt. Es hat fast die gleiche Funktion wie das erste Modell im Video, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Die ganzen Teile von dem neueren Modell habe ich auch extra hier vorbereitet und werde ich gleich Schritt für Schritt zeigen und erklären. Die Trommel selber besteht aus POM-Kunststoff. Der POM-Kunststoff ist ein teilkristalliner Thermoblast mit einer hohen mechanischen Festigkeit, Steifigkeit, hervorragende Zerspanbarkeit, hervorragende Verschleißfestigkeit und geringer Feuchteaufnahme. Die genaue Bezeichnung des Kunststoffes lautet Polyoxymethylin, kurzzeichen POM, auch Polyacetal oder Plusacetal genannt. Dieser ist ein hochmolekularer thermoplastischer Kunststoff. Er wird wegen seiner hohen Steifigkeit, niedrigen Reibwerte, ausgezeichneten Dimensionsstabilität und thermischen Stabilität als technischer Kunststoff besonders für Präditionsteile eingesetzt. Es entsteht darin keine Feuchtigkeit. Nun seht ihr einmal alle Teile in der Kurzübersicht. Wir werden aber in diesem Video jedes Teil genau beschreiben und erklären. Und diese kleine Platine, die kommt zum Beispiel in diese Dose und wird mit der Elektronik dann später verbaut. Und wie gesagt, der POM-Kunststoff dieser Trommel, der ist bestens dafür geeignet, um den Magnetmotor zu bauen, denn dieser lässt sich wirklich wunderbar verarbeiten. Hier sieht man auch noch einmal die leere Rohling von der POM-Trommel und auch die verarbeitete POM-Trommel mit den Magneten. Nun konntet ihr sehen, wie die Magnete in die Trommel platziert werden müssen. Für dieses Modell ist es zwingend erforderlich, auch über 90 Magnete zu platzieren, weil sonst dreht sich der Rotan wirklich nicht vollständig. Die Magnete, die müssten außen an der Trommel auch den genauesten Winkel haben. Die Abstände müssen dabei immer gleich bleiben, damit sich die äußeren und inneren Magnete gegenseitig anziehen können. Und natürlich umso geringer der Abstand zwischen den Magneten auf der Welle und den Magneten an der Trommel, desto besser dreht sich die Welle. Jedoch ein Mindestabstand ist natürlich dafür vorgesehen. Die genauen Beschreibungen erhält man einfach in der Bauanleitung in der Videobeschreibung hier in diesem Video. Die Magnete in der Trommel sind mit Hilfe eines Neigungswinkelmesser platziert, damit der genaue Winkel eingehalten wird. Zum Kleben nimmt man dann ganz einfach eine Heißklebepistole. Wie tief die Magnete in die Trommel platziert werden, ist dabei auch sehr wichtig. Auch die Tragkraft der Magnete spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Denn mit zu geringer Tragkraft, die Magnete können den Rotor dann gar nicht zu drehen bekommen. Die POM-Scheiben werden vorne und hinten platziert. Man kann auch dafür eine Spulenrolle aus Kunststoff verwenden. Die POM-Scheiben und Spulenrolle, die zeige ich Ihnen jetzt. Hier könnt ihr noch einmal die Spulenrolle sehen und die POM-Scheiben mit den Kugellagern. Für den Magnetmotoraufbau dieses Modells haben wir die Spulenrolle hinten verwendet, um den Magnetmotor zu verschließen und vorne die POM-Scheibe. Und hier könnt ihr auch noch einmal die Magnete sehen. Die Löcher dazu kann man zum Beispiel mit einem Standbohrer bohren. Wichtig dabei ist aber, wie schon erwähnt, dass die Magnete den genauesten Abstand haben und gleich tief in die Trommel eingesetzt werden. Wichtig ist es, mit dem Magnetkompass zu arbeiten. Denn bevor man die Magnete in die Trommel platziert, muss man zuerst Nord oder Süd von jedem einzelnen Magneten bestimmen, sodass alle Magnete in der richtigen Richtung eingesetzt werden. Der Rotor wird nicht wie die Trommel mit Stabmagneten, sondern mit flachen Neodymmagneten bestückt. Mehr als 20 Neodymmagnete kommen hier zum Einsatz. Und wären an dem Rotor auch Stabmagnete befestigt, würden die Stabmagnete von der Trommel die Magnete vom Rotor sehr schlecht abstoßen, sondern eher anziehen. Es ist also zu empfehlen, dass man für den Rotor besser eher flache Neodymmagnete nimmt. Den Rotor kann man wie gesagt bei dem Magnetmotor auch etwas größer bauen und die Magnete dann mit Spulendraht umwickeln, um eine noch höhere Spannung zu erzeugen. Durch den Rotor befindet sich dann die Welle, die durch die Kugellager hinausragt. Die Welle steckt in dem Kugellager und lässt sich auch einwandfrei durch die Kugellager drehen. Auf der Welle kann man zum Beispiel auch ein PVC-Rohr draufstecken und darauf die Magnete platzieren. Den Rotor mit Magnete und der Welle zeige ich Ihnen jetzt mal genauer. Und gleich kommen wir auch zu dieser wichtigen Platine, die in der Elektronik mit verbaut werden muss. Und auch für die Welle gilt für dieses Magnetmotormodell, dass man dafür am besten Aluminium verwendet. Hier können Sie auch noch einmal den Rotor mit der Aluminiumwelle sehen. Hierbei ist es auch wichtig, dass die Löcher für die Magnete nicht zu tief gebohrt werden. Und auch die Abstände der Magnete ist auch hier sehr wichtig. Man kann die Magnete aber auch anstatt in gerader Reihenlinie auch als Stufenlinie platzieren, so dass immer der nächste Magnet in der Reihe ein bisschen höher versetzt wird. Auf der anderen Seite sieht man auch die Spulenrolle mit dem Kugellager, die als Deckel dient. Aber wie auch schon erwähnt, kann man für den Magnetmotor vorne und hinten auch eine POM-Scheibe als Deckel verwenden. Und für dieses Magnetmotormodell reicht dieser simple Rotoraufbau völlig aus. Aber wenn Sie zum Beispiel einen viel größeren Verbraucher daran anschließen möchten, an den Magnetmotor, müssten Sie noch Spulendraht um den Rotor herumwickeln. Und noch zusätzlich in der Mitte müssten dann noch weitere Magnete platziert werden. Die Kugellager sind ein wichtiger Bestandteil des gesamten Magnetmotors. Wenn man zum Beispiel Standardkugellager nimmt, wird der Rotor eher schwerer rotieren. Natürlich sollte man die Kugellager auch ab und zu etwas einölen. Aber wir haben für unseren Magnetmotor ganz bestimmte Kugellager genommen. Ein wirklicher Geheimtipp, es sind die Kugellager, die auch für den Fidget Spinner benutzt werden. Ob du es glaubst oder nicht, aber damit konnten wir sehr gute Ergebnisse erzielen. Und diese Kugellager lassen sich ganz leicht und sehr lange drehen. Diese Kugellager werden vorne und hinten dann mit der Welle in die POM-Scheibe fest verbaut. Und somit kann der Rotor sich innerhalb der Trommel sehr schnell und vor allem dem sehr lange drehen. Die Kugellager zeige ich Ihnen jetzt und wie der Rotor sich durch diese Kugellager sehr schnell drehen lässt. Nun konntet ihr auch eben sehen, wie schnell der Rotor sich durch die Kugellager drehen lässt. Diese Kugellager sind wirklich sehr gut für dieses Magnetmotor-Modell geeignet. Wir konnten für dieses Magnetmotor-Modell kein besseres Kugellager finden. Es muss nur ab und zu mal geölt werden, wenn der Motor ein paar Stunden gelaufen ist. Und am besten nimmt man die Kugellager komplett aus Keramik. Weil dann hat man auf jeden Fall den Vorteil, ist auf der sicheren Seite, dass die Kugellager nicht die Magnete in der Trommel oder auf dem Rotor stören und sich anziehen. Hier kann man auch noch einmal die Keilriemen-Scheiben sehen mit dem Keilriemen. Den Keilriemen kann man auch ab und zu einmal einölen, damit dieser besser über die Keilriemen-Scheibe gleitet. Aber das ist nicht immer notwendig, immer ungefähr nach 2 bis 4 Stunden. Kommen wir nun zum Antriebsstift. Der Antriebsstift bekommt neben der POM-Scheibe eine extra Bohrung, wo man ihn einführen kann. Wenn man den Antriebsstift hineinsteckt, bekommt er Kontakt mit der Welle und der Rotor hört auf zu rotieren. Sobald man den Antriebsstift entfernt, fängt der Rotor an wieder zu rotieren und somit kann sich die innere Welle, die auch natürlich mit Magneten bestückt ist, sich drehen. Die Welle führt durch den L-Winkel und ist dort mit der Antriebsscheibe verbunden. Da die Welle mit der Antriebsscheibe verbunden ist, dreht sich dann die linke und die rechte Antriebsscheibe. Die Antriebsscheiben sind mit einem Keilriemen verbunden. Die Verbindung von der rechten Antriebsscheibe geht durch den rechten L-Winkel und ist dort mit dem DC-Generator verbunden. Durch diese Drehbewegung erzeugt der DC-Generator Strom und somit kann man zum Beispiel das Smartphone aufladen. Am hinteren Ende des DC-Generator werden die Kabel dann mit der Doppellüsterklemme verbunden. Und am anderen Ende der Lüsterklemme wird das Ladekabel vom Handy angeschlossen. Sehr zu empfehlen ist auch die Platine dazwischen anzuschließen. Sie sorgt dafür, dass die Voltzahl sich erhöht und konstant bleibt. Die Platine konnten Sie ganz am Anfang des Videos sehen. Die wird mit der Elektronik in der Dose verbaut. Die Platine zeige ich Ihnen jetzt auch und die Komplettansicht des Motors. Und danach braucht man noch ein weiteres Bauteil, was man sich noch zusammenbauen muss, damit der Motor sich auf jeden Fall dreht und damit man da auf der sicheren Seite ist. Und dieses Bauteil zeige ich Ihnen auch jetzt gleich. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiges, wenn man zum Beispiel auch eine Lampe daran anschließen möchte. Hier können Sie das Modell mal in der Komplettansicht sehen, zusammen mit der Trommel und dem Aluminium-L-Winkel von links nach rechts zum DC-Generator, dann zur Lüsterklemme und zur Elektronik. Und damit kann man dann wie gesagt zum Beispiel sein Smartphone aufladen oder man baut einfach zusätzlich diese Platine mit der Elektronik in die Dose ein, um auch zum Beispiel eine Lampe daran anzuschließen. Auf der Platine ist auch extra für das Handy-Kabel ein Micro-USB-Anschluss installiert, um das Handy-Kabel daran anzuschließen. Es ist sogar auch sehr zu empfehlen, die Platine dazwischen anzuschließen. Sie sorgt wie erwähnt dafür, dass die Voltzahl sich erhöht und für den Motor konstant bleibt. Und wenn Sie einen anderen Verbraucher daran anschließen möchten, wie zum Beispiel eine Lampe, benötigen Sie dann auch noch zusätzlich eine einzelne Steckdose für den Netzstecker der Lampe. Das war einmal die Komplettansicht des Motors zusammen mit der Platine und der Elektronik. Aber man braucht für die Funktion des Motors noch ein weiteres Bauteil, was Sie hier unten im Bild sehen können. Vom Aussehen her scheint dieses Bauteil vielleicht etwas merkwürdig auszusehen, aber es hilft wirklich ungemein für die Funktion des Motors und ist auch wirklich nicht schwer nachzubauen. Alles erfahrt Ihr wie gesagt in der umfangreichen Schritt-für-Schritt-Bauanleitung, wenn Ihr unter dem Video in der Videobeschreibung auf den Link klickt. Dieses Bauteil ist vorsichtshalber auch für das System zu empfehlen, wenn Sie nur Ihr Handy mit dem Magnetmotormodell aufladen möchten. Dieses Bauteil mit viel Elektrolyte sorgt einfach dafür und hilft der Welle sich in jedem Fall zu drehen, wenn der Antriebsstift aus der Trommel entfernt worden ist. Und auch wenn Sie von hinten beim Motorstart die Welle einmal kurz mit der Hand drehen. Dabei erhält man genügend Anfangsspannung, um den Rotor dauerhaft laufen zu lassen. Wir haben dieses Bauteil auch etwas größer gebaut, damit man damit eine noch größere Spannung erhält. Und wenn Sie mit dem Motor noch mehr herausholen wollen, anstatt nur ein 6-24 Volt Gerät dran anzuschließen, sollten Sie auf jeden Fall die Magnete des Rotors mit Spulendrad wickeln, wie schon vorher erwähnt. Und natürlich eine größere Trommel mit stärkeren und größeren Magneten dafür verwenden. Und natürlich auch einen größeren DC-Generator. Der DC-Generator hatten wir aus Amerika bestellt. Dieser ist ein spezieller DC-Generator, der durch die Rotation des Rotors Strom erzeugt. Und wie eben schon erklärt, der Rotor dreht sich im Inneren der Trommel und da die Antriebsscheiben rechts und links mit dem Keilriemen und dem DC-Generator verbunden sind, erzeugt der DC-Generator Strom. Man kann natürlich auch einen größeren DC-Generator kaufen, wenn man zum Beispiel größere Verbraucher daran anschließen möchte. Dabei ist aber wichtig, dass der Rotor sich in der Trommel schnell genug dreht, damit der DC-Generator dann den gewünschten Strom erzeugen kann. Und so läuft der Motor dann wie im Video des ersten Modells zu sehen war. Auf der linken Seite sehen Sie einmal den Anschluss mit der Elektronik und der Lampe. Und auf der rechten Seite können Sie einmal den Anschluss ohne Elektronik sehen. Hier sehen Sie nochmal kurz das erste Modell ohne Platine und der Elektronik. Aber das neuere Modell funktioniert wie erwähnt auch einwandfrei und natürlich auch ohne Batterie. Aber bei dem neueren Modell ist die Platine und die Elektronik auf jeden Fall zu empfehlen. Und natürlich dem letzteren Bauteil, was man sich noch zusammenbauen muss. Und wie du genau dieses Modell in nur 12 Tagen selber baust und auch wenn du es in größer bauen willst, erfährst du in unserer Schritt-für-Schritt-Bauanleitung. Einfach hier von diesem Video in der Videobeschreibung auf den Link klicken oder auf www.magnet-motor4u.de slash 12-Tage gehen und dann kannst du dir einfach dein eigenes Bild machen und sehen wie das Modell mit der Elektronik, mit der Platine und den anderen Bauteilen funktioniert. Zu der Bauanleitung erhältst du noch zusätzlich noch als Bonus das Premium 3D-Modell für den Computer von dem neueren Magnetmotor-Modell, was ich Ihnen eben vorgestellt habe. Und mit dabei noch weitere Bonus-Magnetmotor-3D-Modelle. Damit kannst du jedes einzelne Teil genauestens am PC betrachten, inklusive 3D-Software und Videoanleitung. Mit dabei eine große Community, wo du dich auch mit anderen austauschen kannst. Des Weiteren erhältst du noch als großen Bonus dazu die neueste weltweite Händlerliste, wo du auch fertige Magnetmotoren oder Bausätze weltweit kaufen kannst, mit Preis- und Quellangaben. Und zusätzlich noch die Tesla Schritt-für-Schritt-Bauanleitung zum Tesla-Generator. Alles weitere erfährst du wie erwähnt, wenn du hier von diesem YouTube-Video in der Videobeschreibung auf den Link klickst. Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, denn es werden zu diesem Modell und zu anderen weltbekannten Magnetmotor-Modellen noch weitere umfangreiche Videos hier auf unserem Kanal in Kürze kommen. Alles Gute, Ciao! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020